hi leute ich begrüße euch zu einem neuen teil von weibers mehrwasser kurz erklärt und heute geht es von euch gewünscht ums pumpen reinigen mehr dazu gleich nach dem kurzen intro bleibt dran ja leute pumpen reinigen ist pauschal gesagt lästig früher oder später muss jede pumpe mal gereinigt werden weil sie entweder an leistung verliert weil nämlich ein gewisser bakterienfilm sich innen drin am anker beziehungsweise im gehäuse gebildet hat oder weil sie ganz einfach von außen verdreckt ist oder wie hier zum beispiel recht gut zu sehen mit kalkrotalgen überwachsen ist jetzt haben wir hier in unserem becken zig verschiedene größen und typen und ich versuche mal so stichproben artig auf jede pumpe einzugehen grundsätzlich ist es so dass ich hingehe die pumpen rausnehme die sind alle so bei mir installiert dass ich sie rausnehmen kann und vor dem becken reinigen kann also ich kann sie nicht komplett rausnehmen dafür müsste ich meinen meine kabellage hier hinten komplett ändern also ihr macht grundsätzlich vor dem becken oder neben dem becken je nachdem wie die entsprechenden strippen gezogen sind brauchen tue ich dafür im prinzip nur ein eimer mit wasser da ist eigentlich wurscht was ihr da nehmt ob das jetzt leitungswasser destilliertes wasser osmosewasser oder beckenwasser ist je nach größe und pumpentyp eine zahnbürste und bei den kleinen pumpen tut es dann auch ein wattestäbchen zudem brauchen wir auch ich was um vor dem becken dementsprechend alles auszulegen ansonsten kriege ich ärger mit der besseren hälfte und um die pumpen von den kalkrotalgen zu befreien noch ein kleines behältnis wo die pumpen einpassen und essig essenz mein mittelchen beziehungsweise damit mache ich das es gibt noch zig verschiedene andere aber so gehe ich vor gehen wir jetzt mal ans becken und fangen mit den kleinen pumpen an so jetzt haben wir die pumpe mal hier im prinzip nur das reine gehäuse weil die halterung dass ich immer auf position im becken damit ich auch nach möglichkeit wieder die gleiche strömung einrichten kann und ihr seht da ist schon so einiges dran hier oben sitzen zum beispiel kugelalgen drin und grundsätzlich ist es so dass man öffnen der gehäuse immer aufpassen muss je nachdem was ihr für einen eine pumpe habt hier bei denen ist es jetzt relativ ich sag mal unspektakulär und unkompliziert weil die keine durchgehende achse bis oben haben es gibt aber andere pumpen wie zum beispiel kann ich mich erinnern das ist die von aquamedic die pumpe die im blenny drin ist heißt jetzt nanoprop glaube ich war das die hatten zum beispiel eine sehr lange keramik achse und wenn man hinging und das ganze ist noch mal so seitlich aufbrach zu sehr aufgerissen hat dann kann es sein dass diese achse in der mitte gebrochen ist und da muss man den kompletten läufer inklusive der achse kaufen weil es die teile nicht einzeln gibt also grundsätzlich immer aufpassen wenn ihr die dinger öffnet so jetzt hier bei uns ist es so die hatten frei laufen dass ein freilaufenden anker und ihr seht die ist ganz schön schmodderig von hier innen drin ich habe jetzt hier ganz normales süßwasser weil ich gleich auch sowieso die kalkrot eigen entfernen will hier kann ich mit der zahnbürste reingehen das ist groß genug bei dieser dieser pumpe bei den anderen punkten die kleiner sind nehme ich dann den den wattestocker und dann reinig reinige ich die entsprechenden öffnungen hier an der seite guckt das nach möglichkeit alles an groben dreck erstmal raus ist schauen wir das hier an den seiten an wie gesagt entfernen dreck überprüfen ob die kabel in ordnung sind ich hatte nämlich eben bei der ersten pumpe die ich raus geholt habe hier oben hängt da ist eins von den kabeln defekt da ist da habe ich auch schon kontakt mit mit dem verkäufer aufgenommen und wie gesagt ich reinige jetzt das erstmal grob legt dann auf seite den anker dementsprechend auch gut reinigen dass der schmoder darunter ist und das eigentliche gehäuse ich könnte ja glaube ich jetzt hier so ein bisschen sehen wie dann hier unten die die kugel allen drin sitzen und die nach möglichkeit rausnehmen wenn man das mit der zahnbürste nicht hinkriegt kann man auch mit einem kleinen messer stehen hingehen und das ganze frei kratzen und wie gesagt den groben dreck jetzt rausholen das ist im prinzip dann die normal reinigung und damit gleich noch ein bisschen intensiver reinigen wollen also sprich die kalkrotalgen runternehmen wollen ist das ganz besonders wichtig das erleichtert die ganze sache dass die restliche pumpe besser sauber wird relativ schwierig hier an diesen gittern den ganzen schmoder rauszukriegen weil das sehr fest gewachsen ist wie gesagt da kann man dann hier und da vielleicht auch ein messerchen mal dran gehen so es ist relativ grob gereinigt dort reicht mir im prinzip auch und jetzt machen wir den schnitt und dann zeige ich euch wie ich die einlege so ich habe sie im prinzip hier in dieses gefäß reingepackt nach möglichkeit nehme ich immer ein gefäß relativ klein ist damit ich nicht so viel von dem zeug hier brauche und es ist im endeffekt so dass es viele mittelchen gibt es gibt auch fertige sachen zu kaufen die hier und da auf zitronensäure oder ähnlichen säuren basieren und ich nehme halt diese essig essenz hier die es beim namenhaften deutschen kleinhandelsbetrieb gibt und das ist eigentlich die relativ die günstigste variante nur die anderen mittelchen sind im prinzip fast genauso gut beziehungsweise wirken vielleicht hier und da ein bisschen schneller das mag sein aber bei mir kommt es hier nicht auf schnelligkeit an sondern ich kann auch ruhig mal eine stunde auf zwei hier drin liegen und vor sich hin arbeiten und wenn man jetzt genau hinguckt weiß es nicht ob man es genau sieht wird jetzt hier überall schon sind sich bläschen am lösen das ist im prinzip schon der kalb der jetzt aufgelöst wird hier drin die essig essenz tut ihre arbeit und wir schauen dann gleich wieder rein wenn die pumpe fertig ist so jetzt haben wir hier eine von meinen kleinen förderpumpen und zwar ist es die regelbare sitche für meinen für meine uv diese pumpe hat auch einen freiliegenden anker sowie die tunze und bei der muss ich auch beim gehäuse nicht aufpassen man sieht ja auch so viel dreck ist da unten nicht ist natürlich ein bisschen schmodder drin die entsprechenden teile abnehmen und ich nehme jetzt hier mal ganz vorsichtig weil ich gerade nichts anderes zur hand habe den anker raus und wie gesagt beim anker ist es halt wichtig hier ist ein bakterienfilm drauf und dieser bakterienfilm hat zwei funktionen im endeffekt für uns einmal wenn die pumpe frisch ist ist der einerseits dafür da und ich sag jetzt mal ein kleines bisschen geräuschdämpfung zu machen zum zweiten dämpfte auch so ein kleines bisschen die leistung und deshalb sollten wir das ganze regelmäßig machen hier ist die öffnung jetzt so klein dass ich mit der zahndurchse nicht mehr reinkommen und da nehme ich jetzt im prinzip feuchte ich mir einen wattestocker an und habe die ganzen wände damit ab und die dann anschließend damit ins wasser man sieht was davon schon mal rauskommt jetzt habe ich natürlich ein länge problem noch mal kurz ein bisschen nach dass dieser bakterienfilm da aus dem motor innen rauskommt und alles andere kann man sich dann angucken den groben film hier auch ich sag jetzt mal entfernen mit der zahndurchse und normalem wasser abspülen und das war es im prinzip schon diese pumpe steht nicht viel am licht beziehungsweise kriegt nicht viel licht ab und somit hat ihr auch fast keine kalgroteigen dran brauche ich also nicht intensiver zu reinigen und das wäre es zu dieser punkte schauen gehen wir zur nächsten so kommen wir hier zu einem etwas größeren schätzchen am pumpe und zwar ist das meine rückförderpumpe das die max speck turbine duo hier aufgebaut im single modus weil ich die zweite seite noch nicht oder im moment noch nicht brauche grundsätzlich ist es so dass die pumpe im klarwasser bereich ist und da haben wir halt nur ich sag mal im endeffekt mit dem üblichen schmoder zu kämpfen also leichte bakterienbeläge sollten das sein die lässt sich relativ einfach reinigen also das ist nichts wildes hier aber ich wollte euch halt mal zeigen weil ich auch in dieser pumpe sehr begeistert bin die ist nämlich ich sag mal pauschal gesagt unhörbar viele andere punkten auch aber die kann kann es besonders gut wo ich mal gucken hier wäre die seite für den zweiten impeller im prinzip kann man alles schön zerlegen auseinander nehmen und ich habe hier unten auch einen kleinen schraubendreher hier ist eine sicherungsschraube drin eine ganz einfache die muss nicht großartig oder fest angezogen werden natürlich darauf achten dass hinten auf der rückseite die reicht noch nicht noch weiter rausschrauben jetzt haben wir es auch rausnehmen und ihr seht hier ist auch dann doch einiges an bakterienfilmen drauf was zu reinigen ist darauf achten dass die lange schraube nicht verloren geht hier auf der rückseite da ist eine kleine mutter drin die darf natürlich auch nicht verloren gehen und ja grundsatz nummer eins fangen wir mal zu reinigen im prinzip auch nichts weiter wie mit der zahnbürste brauche ich euch nicht großartig zeigen jetzt ergebnis zeige ich euch dann gleich so sind wir wieder alles soweit grob gereinigt und dann setzen wir die gute mal wieder zusammen immer darauf achten dass die entsprechenden nuten bzw vorgegebenen positionen auch immer wieder erreicht werden das alles ohne probleme freigänglich ist also jetzt mal als allererstes die achse bzw verbindung wieder ein das ist ja ich denke mal eine titanschraube oder ähnliches die hat sich seitdem ich die pumpe jetzt hier habe kein bisschen verändert auf der rückseite die kappe drauf damit der die mutter nicht abhaut und das ganze dann zusammen schrauben so dass es fest ist es löst sich anschließend auch nicht weil hier auf der rückseite gleich die kappe drauf kommt das machen wir als erstes hinten sind die noch mal zusätzlichen dichtgummis die auch gleichzeitig beim schließen der kappe hier hinten andersrum genau ihr seht jetzt ist es fest gleiche gummi hier vorne drauf in die entsprechenden vorgegebenen löcher ansetzen das ganze und siehe da ich habe schon wieder ein fehler gemacht so hier unten ist ein zusätzlicher eine zusätzliche sicherung dass diese pumpen weil sie sich nicht lösen kann dann kommt schutzgitter wieder drauf auf achten dass die die geschlossene seite oben ist damit er keine luft zieht bei geringem wasserstand fuß dran wo hier unten zieht man dann auch die nase pumpe wieder zusammengesetzt kann wieder angeschlossen werden und zurück ins rücklaufbecken und wenn ihr jetzt gleich anläuft machen wir dann mal ich lasse ich euch ja mal zuhören wie das dementsprechend sich anhört beziehungsweise nicht anhört so pumpe ist wieder installiert entlegte schwamm hinter weil die installation hier von rezi die geht genau senkreis hinten an der scheibe runter und nicht schön mittig so dass man die pumpe freistehend hat ich schalte jetzt das ganze mal ein und fährt das mit der controller hoch das einzige was er hört ist das plätschern oben und jetzt das rücklaufen des wassers einfach nur geil das ding so zum guter schluss kommt jetzt noch die ich sag jetzt mal fast fertig gereinigte tunze und zwar ja man sieht wie hier das zeug drum stimmt das sind die abgelösten kalkrotalgen das hat sich noch nicht ganz alles gelöst ich gucke mal ob ich das hier mit der zahlenborste weg kriege und ihr seht die kalkrotalgen sind wunderbar angelöst hier und da sind noch stellen die noch nicht hundertprozentig sauber sind aber ich sag mal dass das in kleinigkeiten da kann ich mit leben und wahrscheinlich stellen mich vorher im vorfeld nicht so hundertprozentig selber gereinigt habe hier der innen teil ist auch schön sauber geworden guckt mal typenschild kann man auch wieder lesen herrlich so gut umspülen der verässliche essenz muss ich unbedingt mit ins wasser obwohl es tut dem mehr was auch nichts weil das ist im endeffekt auch ein kohlenstoff träger wieder rein mit dem ganzen zusammensetzen noch kurz durchspülen und ganz ehrlich gesagt mir reicht das die pumpe muss nicht aussehen wie neu aber die groben beläge kalkrotalgen sind weg das reicht mir man könnte sie jetzt etwas länger noch in der essig essenz lassen dann wären die anderen wahrscheinlich auch weg aber wie gesagt mir reicht das so die pumpe sieht wieder gut aus ist wieder gut gereinigt und kann wieder in den einsatz ja leute ihr seht pumpen reinigen ist eigentlich gar nicht so schwer ist bloß lästig ich selber tue es eigentlich auch relativ ungern ja die lästigsten pumpen habe ich gleich auch noch zu reinigen werde ich euch nicht bei jeder einzelne jetzt dabei haben weil es gleicht sich im prinzip die grundprinzipien habe ich euch gezeigt wo man darauf achten sollte gerade bei pumpen mit keramikachsen die durchgehend sind seid vorsichtig damit die können relativ schnell brechen die pumpen mit stahl achsen beziehungsweise welches material es auch immer ist kontrolliert diese achsen bitte ob die in ordnung sind beziehungsweise ob der rost angesetzt ist wenn die rostig sind müsst ihr sie leider entfernen und ersetzen oder euch mit dem hersteller in verbindung setzen wie ich jetzt zum beispiel mit tunze das war jetzt das problem mit dem kabel ich werde diese puppe einschicken müssen und hoffen dass sie auf kulanz mir eine neue schicken weil ich ja zehn tage außerhalb der garantie bin verschickt worden ist das gerät am 29 12 2017 jetzt haben wir den 10 beziehungsweise am montag wenn das gerät dann auf der reise geht sind wir am 13 und ja ich hoffe dass auf kulanz das gerät repariert wird beziehungsweise ich einen neuen motor bekomme und ja gut in diesem sinne lasst uns lassen wir uns das ganze jetzt immer gut sein ich habe noch ein bisschen was zu tun wir sehen uns beim nächsten mal wieder heißt weil was mir was erklärt produktvorstellungen oder zum tagebuch eintrag und ich wünsche euch einen schönen tag abend oder nacht oder wann auch immer ihr dieses video geschaut habt wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen da wenn ihr den kanal noch nicht abonniert haben abonniert ihn macht die glocke an dann hört ihr auch wenn wieder ein neues video rauskommt in diesem sinne bis zum nächsten mal bleibt ihr treu euer weibach